J. Frank Rosenberg war ein US-amerikanischer Philosoph. Seine Hauptarbeitsgebiete waren Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes sowie Erkenntnistheorie, Leben. J. Rosenberg studierte Philosophie an der University of Pittsburgh bei Wilfried Sellers. Nach dem Erwerb des PHD im Jahre 1966 wurde er Assistenzprofessor an der University of North Carolina at Chapel Hill. Seit 1974 war er dort Professor. Seit 1978 war Rosenberg immer wieder als Gastprofessor in Deutschland tätig. Werke Readings in the Philosophy of Language co-edited with Charles Travis Prentiss Hall, Inc. Engelwood Cliffs N.J. 1971 Linguistic Representation Reidel Publishing Co. Dordrecht Holland 1974 The Practice of Philosophy Prentiss Hall, Inc. Engelwood Cliffs N.J. 1978 One World and to Our Knowledge of It Reidel Publishing Co. Dordrecht Holland 1980 Thinking Clearly About Death Prentiss Hall, Inc. Engelwood Cliffs N.J. 1983 Philosophieren Ein Handbuch für Anfänger Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, Germany 1986 Auffel, 2006 ISBN 3-465-0-346-0-0 The Thinking Self, Temple University Press, Philadelphia, Pa. 1986 Beyond Formalism, Naming and Necessity for Human Beings, Temple University Press, Philadelphia, Pa. 1994 Three Conversations About Noving, Hackett Publishing Co. Indianapolis in and Cambridge, M.A. 2000 Deutsch von Holger Hannowell Drei Gespräche über Wissen, Reclaim Stuttgart Thinking About Noving, Oxford University Press, Oxford 2002 Accessing Kant Oxford University Press, Oxford 2005 Wilfried Sellers Fusing Damages Oxford University Press, Oxford 2007 Weblink Homepage Normdaten GND 133.066.010 LCCN N80097508 VEAF